Ich nehme mal an, dass Ihnen das noch nie passiert ist, oder? Mir bis dahin natürlich auch nicht. Ich weiß nicht einmal, ob das schon mal irgendjemandem passiert ist. Obwohl das jetzt schon recht unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet ich der einzige Mensch sein soll, der irgendwann plötzlich merkt, dass er tot ist. Also ich meine, er merkt, dass er tot ist. Ich weiß ja nicht, ob man das dann immer merkt, oder ob sowas nur dann passiert, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Er hatte von Anfang an vor, dass ich das nicht überlebe. Aber warum hat er so sehr darauf geachtet, dass ich ihn nicht erkenne? Wie viel habe ich überhaupt von all dem mitbekommen? Oder habe ich es nur vergessen? Und er? Hat er gewusst, dass ich nach ihm suchen würde, wenn ich tot bin? Ich will das verstehen. Ich will wissen, warum er mich umgebracht hat. видно, wie vor... Untertitelung des ZDF für funk, 2017